kaum eine uhr ist so typisch für deutsche uhrenmarken wie die deutsche fliegeruhr egal ob baumuster typ a oder typ b in diesem video zeige ich euch 5 deutsche fliegeruhren die jeweils weniger als 1000 euro kosten wenn ihr mich und meinen kanal unterstützen wollt gerne interessante uhren seht und mir helfen wollt mit herstellern und produzenten ins gespräch zu kommen abonniert gerne meinen kanal denn je mehr abos ich habe umso leichter werden meine verhandlungen mit den herstellern hallo und willkommen bei watch maxis uhrenvideos mein name ist axel und ich freue mich dass du heute eingeklickt hast ja das ist jetzt das vierte video dieser art fünf uhren mit einem bestimmten kriterium schreibt doch bitte in die kommentare ob ihr dieses format mögt was ihr davon sehen möchtet mehr oder weniger vielleicht habt ihr themenideen eine idee die ich habe eventuell mal ein video zu machen über uhren die die design idee der rolex submariner aufgreifen ohne sie zu kopieren und ohne eine submariner sein zu wollen von deutschen herstellern wenn euch sowas interessiert oder die andere ideen habt schreibt es gerne in die kommentare und dann schaue ich mal ob und wann ich diese videos machen kann deutsche fliegeruhrer den zweiten weltkrieg hat das luftfahrt ministerium eine ausschreibung gemacht um fliegeruhren für die navigatoren und beobachter auf den kriegsflugzeugen zu bauen oder bauen zu lassen und fünf deutsche firmen haben diese ausschreibung gewonnen und konnten diese uhren bauen das ministerium hat das design vorgegeben typ a und typ b später kamen auch noch andere fliegeruhrendesigns hinzu insofern steht das design sehr typisch für deutsche fliegeruhren und deutsche uhren allgemein in diesem video zeige ich euch fünf fliegeruhren teilweise baumuster typ a teilweise baumuster typ b teilweise alternative designs die jeweils weniger als 1000 euro kosten keine marke kommt doppelt vor und jede uhr ist auf ihre art und weise ein gewinner und das zeige ich euch im folgenden ja wie gesagt jede uhr ist auf die ein oder andere art ein gewinner und die erste uhr die ich zeige da ich die uhr nach dem preis sortiert habe ist ganz eindeutig der preis sieger und zwar handelt es sich hierbei um die aristo 5 h 68 ti ti steht für titan und hier zeigt sich schon der erste große punkt die uhr ist tatsächlich in einem titan gehäuse untergebracht und das finde ich angesichts des preises von 515 euro mit mineralglas beziehungsweise 565 euro mit safirglas sehr bemerkenswert die uhr hat einen durchmesser von 40,8 mm und eine höhe von 11,1 mm der band anstoß beträgt 20 mm und die uhr ist wie vier von den fünf fliegeruhren die ich euch heute vorstelle 5 bar das heißt 50 meter wasserdicht das titan ist sandgestrahlt und entspricht damit den ursprünglichen spezifikation einer fliegeruhr die so gut wie keine reflektionen haben sollte damit sie nicht vom fliegen und von den tätigkeiten an bord ablenkt die zeiger und die ziffern sind mit superluminova belegt und der die rückseite ist eine verschraubter stahlboden als werk verbaut ist das eta 28 24 strich 2 und trotz des preises und des schweizer werkes steht ein made in germany auf dem blatt was ich umso bemerkenswerter finde weil es ist kein billiges werk verbaut es ist kein chinesisches werk verbaut und ein großteil der wertschöpfungskette findet in deutschland statt und trotzdem wird die uhr im titangehäuse mit safirglas und einem qualitätswerk für unter 600 euro angeboten was mir bei der uhr aufgefallen ist vom produktfoto her sieht es so aus als hätten die markierungen und die zeiger einen leicht unterschiedlichen farbton mir persönlich würde das nicht so gut gefallen vielleicht ist es aber auch nur ein schlecht aufgenommenes bild ich habe die uhr in real nicht vorliegen deswegen kann ich das nicht validieren was mir aber auf keinen fall gefällt und das lässt sich auch nicht schönreden das datum finde ich zu nah an die drei auf der drei uhr markierung geklatscht ein bisschen mehr abstand oder kein datum hätte ich hätte ich hier wesentlich besser gefunden was mir hingegen sehr sehr gut gefällt ist das unaufdringliche logo aristo ist sehr zurückgenommen und prägt nicht das ziffernblatt und ist trotzdem zu sehen mir gefällt dass diese großen fetten logos die sich so aufdrängen finde ich nicht so gut was ebenfalls nicht typisch für eine flieger uhr ist ist die krone das sieht mir nach einer standard krone aus die aus einem baukasten genommen worden ist aber ich denke angesichts des preises lässt sich das eindeutig verschmerzen die nächste uhr in diesem video ist die stova icarus und das ist mein persönlicher preis leistungssieger oben rechts unter dem i habe ich euch ein volles review der stova icarus verlinkt aber ich fand sie war es wert noch einmal gezeigt zu werden denn hier finde ich das preis leistungsverhältnis ausgesprochen gut die uhr kommt in einem gehäuse mit einem durchmesser von 40 mm und einer höhe von 10,2 mm wie die meisten anderen fliegeruhren auch ist sie nur fünf bar wasserdicht und kostet in der einfachen ausführung das heißt nicht der temperatur gebläute zeiger und nicht das top grade ätherwerk 740 euro der band anstoß beträgt 20 mm und der abstand horn zu horn beträgt 48,6 mm und damit ist die uhr auch an etwas kleineren handgelenken gut tragbar ohne band wiegt die uhr 70 gramm und mit lederband 120 gramm das werk wie gesagt ist ein ätherwerk und in der einfachen ausführung ist es das standard basis werk 28 24 das gehäuse ist handgebürstet in dieser preisklasse glaube ich keine selbstverständlichkeit und das glas ist ein safir glas wie man mittlerweile wohl als standard bei den meisten uhren erwarten kann das absolute highlight dieser uhr ist das rhodium beschichtete ziffernblatt was je nach lichteinfall funkelt und einen herrlichen lichteffekt erzeugt aber auch das habe ich euch in dem oben rechts verlinkten video einmal im detail gezeigt bei dieser uhr gibt es verschiedene aufpreis optionen man kann für 50 euro temperatur gebläute zeiger verbauen lassen man kann für einen aufpreis von 130 euro ein top grade werk von äther verbauen lassen oder aber für einen aufpreis von 150 euro ein handaufzugs werk an der icarus gefällt mir dass sie von einem hersteller der historischen fünf fliegeruhren hersteller kommt und die fliegeruhr baumuster typ a sehr modern interpretiert ohne die referenzen und den bezug zu dem historischen vorbild zu verwässern gefällt mir sehr gut und finde ich auch sehr sehr gut umgesetzt die uhr hat eine extrem gute leuchtmasse leuchtet lange und hell in der nacht und ist damit auch für menschen die nachts mal aufwachen und die uhrzeit brauchen sehr gut geeignet die dritte uhr die ich euch zeigen möchte ist die archimede pilot 42 mit einem preis von 820 euro ist sie für mich der preis leistungssieger wenn es darum geht möglichst nah an das originale vorbild des baumuster typs a zu kommen die uhr hat einen durchmesser von 42 millimetern und eine bauhöhe von 9,8 millimetern der band anstoß beträgt 20 millimetern und der abstand horn zu horn 51 millimetern und damit ist sie schon eine etwas größere uhr und nicht mehr an jedem handgelenk problemlos tragbar auch diese uhr hat eine wasserdichtigkeit von fünf bar 50 metern wie die meisten flieger uhren vorne ist ein safir glas verbaut und auf der rückseite ein mineral glas die zeiger sind bei igler im hause temperatur gebläut und die leuchtkraft ist überwältigend sehr hell sehr lang anhaltend und nach meiner einschätzung eine der am besten leuchtenden uhren in dieser kleinen vorstellung die uhr hat die typische zwiebelkrone und passt wunderbar in das flieger design entspricht den historischen vorgaben ebenso wie die tatsache dass die uhr kein logo auf dem ziffernblatt hat auch das ist teil der historischen spezifikationen für flieger uhren das gehäuse ist von igler im hause gemacht passt natürlich in die historie der flieger uhren insofern ist hier der gestaltungsspielraum relativ gering aber wenn man genau hinschaut erkennt man die ein oder andere besonderheit die ich jetzt an dem einfachen produktfoto nicht zeigen kann aber damit die uhren vergleichbar werden und auch vergleichbar bleiben zeige ich immer nur die produktfotos aber diese uhr hat wenn man sie in real schaut definitiv etwas besonderes ich habe diese uhr als bronze version schon einmal reviewt auch das könnt ihr oben rechts unter dem i euch einmal im detail anschauen die vierte uhr in dieser kurzen vorstellung ist die sin 556 a die sin 556 a am ledermand hat aktuell einen preis von 960 euro und ist keine fliegeruhr im stile der fliegeruhren baumustertyp a oder b aber das ziffernblatt und die zahlengestaltung lehnt sich sehr stark an an die instrumente in den flugzeugen insofern eindeutig erkennbar als fliegeruhr und von sinn auch als solche durchaus vermarktet die uhr hat einen durchmesser von 38,5 mm und eine bauhöhe von 11 mm der band anstoß beträgt 20 mm und sie wiegt ohne band 65 gramm dies ist die einzige uhr in dieser vorstellung mit einer wasserdichtigkeit von 200 metern und damit komme ich dann auch zu dem punkt der diese uhr für mich zu einem gewinner macht und zwar ist diese uhr für mich der gewinner im hinblick auf unterschiedliche einsatzzwecke an verschiedenen bändern lässt sich die uhr etwas edler gestalten etwas sportlicher gestalten mit der wasserdichtigkeit von 200 metern ist sie für schwimmen und sport und andere aktivitäten bestens geeignet und ich glaube dass die 556a eine der vielfältigsten uhren dieser vorstellung ist oben rechts unter dem i habe ich euch eine playlist verlinkt ich habe verschiedene 556 modelle von sinn vorgestellt die a ist nicht dabei aber einige andere wenn es euch interessiert schaut gerne rein es gibt einen wunderschönen einblick in die serie dieser uhren die uhr hat auf der vorderen rückseite ein saphir glas verbaut und wird angetrieben durch ein selita sw 200 strich eins das gehäuse ist gebürstet und die leuchtkraft ist lang anhaltend wenn auch nicht extrem hell so die letzte uhr in meinem kleinen review heute ist die laco leipzig aus der serie laco originals zum preis von 980 euro die serie laco originals baut flieger uhren die versuchen möglichst nah an die originalspezifikationen der ursprünglichen flieger uhren zu kommen und laco hat hier einen bezug denn laco ist einer der fünf hersteller die die historischen flieger uhren in den 40er jahren gebaut haben die uhr hat einen durchmesser von 42 millimeter und ist 12,8 millimeter dick wie die meisten anderen flieger uhren hat sie eine wasserdichtigkeit von 5 bar entsprechend 50 metern einen band anstoß von 20 millimeter und einen horn zu horn abstand von 50 millimetern die uhr wiegt mit lederband 91 gramm auf den markern und auf den zeigern ist super luminova c3 und die zeiger sind temperatur gebläut auch das entspricht den vorgaben von den historischen flieger uhren das safir glas ist leicht gewölbt und entspiegelt diese uhr wird durch ein handaufzugswerk angetrieben laco bezeichnet es als laco 01 die basis hierfür ist ein eta 2801.2 in der elabori version das gehäuse ist sandgestrahlt das entspricht den ursprünglichen vorgaben keine reflektionen auf dem gehäuse dadurch wirkt es etwas dunkler und ein bisschen älter ein bisschen antiker mir gefällt das sehr gut und die gesamte serie der laco originals ist diesem design gehalten die uhr entspricht dem baumuster typ b mit dem vergleichsweise kurzen stundenzeiger der den inneren stundenkreis abläuft und dem langen minutenzeiger zur genauen messung von minutenintervallen die uhr ist sehr nah an den historischen spezifikationen abgesehen von der größe hier ist die größe auf ein zeitgemäßes maß herunter skaliert worden die uhr ist für mich da ich ja nur fünf gewinner in diesem review habe ganz klar der gewinner wenn es darum geht einen bezug zu den historischen spezifikationen des baumusters typ b herzustellen ja ich hoffe euch hat dieses kleine video gefallen falls ja lasst gerne ein abo da und bitte schreibt mir auch in die kommentare welche ideen ihr für reviews dieser art habt was ihr vielleicht noch sehen möchtet was euch gefällt was euch nicht gefällt eine idee wäre zum beispiel einmal uhren deutscher hersteller zu zeigen die 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 design idee der rolex submariner aufgreifen wenn ihr euch sowas interessiert oder sehen möchtet das kann einen kommentar da und bis dahin tschüss euer axel